Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Dauntless, einem hoffentlich interessanten Part für euch. Zuerst möchte ich mich bei Brownie, DNA und Bazzinator bedanken, die da kräftig mitgewirkt haben und mich mit Ideen unterstützt haben und auch mit Preisgeldern unterstützt haben. Ja, um was soll es heute gehen? Wir werden den ersten Wettbewerb hier auf meinem Kanal starten. Bitte seid ein bisschen gnädig, falls irgendwas ein bisschen in die Hose geht, falls irgendwas plantechnisch nicht ganz stimmt oder vielleicht mittendrin noch optimiert wird oder so oder angepasst wird. Bitte seid da gnädig. Also es ist da schon möglich, dass es da leichte Veränderungen gibt. Um was soll es gehen? Wir hätten ganz gerne oder ich hätte ganz gerne, dass ihr mir Videos zukommen lässt mit einem Abschlussfinisher. Wir werden praktisch den coolsten, sehenswertesten, außergewöhnlichsten Abschlussfinisher, sage ich mal, belohnen. Denn so kann man diesen ganzen Wettbewerb gewinnen. Also in dem Wettbewerb geht es um Abschlussfinisher. Wie stelle ich mir das Ganze vor? Stellt euch vor, Torgadoro springt gerade mit seinem Flächenangriff da auf den Boden, wo er seine Druckwelle macht und die Axt killt ihn in dem Moment, der Axtwurf zum Beispiel. So irgendwas, eventuell gepaart mit einem coolen Emote oder sowas, habt ihr schon auf meinem Kanal gesehen. Das wäre so ein Beispiel eines Videos, das ihr mir einschicken könnt, das dann halt bei der Verlosung dran teilnehmen kann. Die Preise generell werden sein, ich werde 10 Euro PaySafe-Karte halt spendieren für allgemein einen Sieger. Egal, ob der gildenintern ist oder nicht gildenintern. Bacinator hat sich entschieden, 20 Euro PaySafe-Karte zu investieren oder auszugeben, gildenintern für den Sieger gildenintern. Der kann natürlich auf Platz 4 oder sowas sein. Wenn die drei ersten gilden extern sind, kann der gildenexterne 10 Euro von mir gewinnen und der gildeninterne, der vielleicht Platz 4 ist zum Beispiel, kann 20 Euro von Bacinator gewinnen. Genauso hat sich DNA entschieden, 10 Euro PaySafe-Karte zu investieren für den Zweitplatzierten aus unserer Gilde. Also kann praktisch ein gildeninterner sogar insgesamt 30 Euro verdienen, indem ihr halt generell den Wettbewerb gewinnt. Wie soll das Ganze ablaufen oder halt ein externer 10 Euro? Ist klar, habe ich ja erwähnt. So werden wir mal starten. Eventuell wird es bei anderen Wettbewerben, wenn ich dann welche mache, höhere Preisgelder geben oder ganz interessante Sachen. Ich werde auch mal mit Phoenix Labs in Kontakt treten, werde mal gucken, ob die da vielleicht irgendeinen Code raushauen können oder ähnliche Dinge. Müssen wir mal gucken. Ich wollte es einfach so mal starten. Ich hätte sogar eventuell ganz ohne Preisgelder gestartet und da haben die Jungs gesagt, nee, sie legen da was auf den Tisch und dann habe ich mich auch nicht lumpen gelassen. Habe gesagt, komm, 10 Euro mache ich dann auch dabei für den Sieger insgesamt. Also schon eine ganz coole Sache. Nochmal 10 Euro von mir allgemein, 20 Euro Bacinator gildenintern, 10 Euro für den Zweitplatzierten, den Arklitsch, für den Zweitplatzierten innerhalb der Gilde. Ja, wie wird das Ganze oder was soll ablaufen? Also es sollen Abschlussfinisher-Videos sein. Bestmöglich natürlich nur den Abschluss, zum Beispiel gerade den Kill, gerade paar Sekunden vorm Kill. Sag ich mal so ein 20-sekündiges Video, 30 Sekunden, keine Ahnung, wo gerade der Kill passiert. Und dass man noch den Abschlussbildschirm sieht, dass man sieht, welche Stärke das Monster hatte. Zum Beispiel Heroischen Skan jetzt zum Beispiel. Dass wir wissen, okay, wie stark war das Monster tatsächlich. Wir können das ja manchmal nicht ganz genau ableiten. War das jetzt ein Emberman? War das sonst was? War das ein Firebrand Emberman? Wie heißt das nochmal? Auf jeden Fall die stärkere Version von Emberman. Ja und so weiter. Deswegen bitte immer mit dem Abschlussbildschirm. Ich versuche es euch so hier in den Hintergrund zu schneiden, dass ihr das seht. Dann seht ihr das, wie ich mir das ungefähr vorstelle. Die Videos, die ich hier jetzt zeige, sind nicht unbedingt die, die ich dann sehen will. Es ist nur rein optisch zur Verstärkung, dass ihr wisst, wie das aussehen soll. Es soll nur Solo-Hands sein. Und die Stärke soll ab normalen Monstern sein. Also jetzt nicht die kleinsten. Das muss jetzt nicht sein. Einen jungen Emberman kann wirklich jeder killen und auch jeder relativ sehenswert killen. Das ist vielleicht dann nicht so spaßig. Ab normal werden wir die Videos dann mitten in die Wertung einnehmen. Und das Ganze wird eine Abschlussbewertung bekommen. Wir haben uns so entschieden, dass wir sagen, okay, 10 Punkte werden wir über die BMOV-Stärke verteilen. Das wird auch, also das Ganze hier könnt ihr bei Discord einfach in den Discord-Channel hier mal reingucken. Dort unter Dauntless, unter Wettbewerbe. Und dort werdet ihr dann auch wieder ein bisschen was sehen. Und dort werden wir jetzt innerhalb der nächsten Tage, werden wir dort so eine Liste veröffentlichen, wo wir sagen, okay, das BMOV, zum Beispiel ein normaler Scan, gibt einen Punkt. Was weiß ich, ein Rockfall-Scan gibt zwei Punkte. Und ein Resakiri gibt neun Punkte. Keine Ahnung. Dort werden wir auf jeden Fall auch ein Zehner-System machen. Zehner-Monster-System, wo ihr zehn Punkte maximal über das Monster abstauben könnt. Zehn Punkte. Da werde ich es wahrscheinlich so machen. Es werden ja jetzt Videos eingeschickt. Und da werde ich von jedem, ihr könnt mir auch mehrere Videos schicken. Zum Beispiel Bazzinator schickt mir jetzt drei Videos. Die sind alle cool. Ich sage, wow, die sind alle cool. Die kann ich alle nutzen. Zum Beispiel auch für News-Videos oder sowas. Habt ihr immer die Möglichkeit, dass dort ein Video dann, sage ich mal, erscheint von euch. Also die Videos sind nie wertlos und versickern irgendwo. Sondern ich werde sie immer mal in Videos einbauen, wo ich sage, wow, coole Abschluss. Oder vielleicht mal ein Video, wo ich nur die Abschluss-Videos zeige. Oder aus allen Wettbewerben mir gewisse Sachen rausziehe und die dann zusammenschneide und zeige. Ihr wisst ja, wie meine News-Videos aussehen, wo ich oft Trials und so zeige oder Flawless-Runs. Und da kann auch sowas mal reinkommen, dass die Wettbewerbe dort auch gezeigt werden. Oder auch die Videos, die nicht gewonnen haben, sozusagen. Ja, und jetzt kann Bazzinator mir zum Beispiel drei Videos zuschicken und kann mir dann vor Ende des Wettbewerbes sagen, okay, bitte wertet dieses Video. Und das geht dann in die Bewertung ein. Dieses Video werde ich dann explizit hochladen. Also da wird es ein Community-Wettbewerb. Also das zweite Video hier aus dem Wettbewerb wird praktisch dann der Zusammenschnitt aller Videos sein, die in die Endbewertung reinkommen. Wie gesagt, die werden dann monster-technisch bewertet. Zum Beispiel, jetzt mache ich einfach mal ein Beispiel an mir selbst. Ich hätte Skan besiegt, gebe zwei Punkte jetzt nur angenommen. Und ich mache einen Axtwurf jetzt als Beispiel. Die Community, ihr könnt dann in die YouTube-Kommentare schreiben, okay, ich bewerte das Video von Monty mit zwei Punkten. Dann kriege ich auch wieder zwei von zehn Punkten. Und dann werden wir am Schluss, wenn dieses Community-Video ausgelaufen ist, werden wir uns wieder zusammensetzen. Die Gilden, oder vielleicht auch schon vorher, wissen wir nicht. Wir sehen ja die Videos dann schon vorher. Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Auf jeden Fall werden wir uns dann auch zusammensetzen und sagen, okay, wir bewerten die Videos auch wieder von eins bis zehn. Warum machen wir das mit der Gildenleitung? Damit wollen wir halt praktisch ein bisschen verhindern, dass es Betrug gibt. Wir sehen ja dann auch, dass vielleicht Leute bei YouTube das hochpushen oder irgendwie sich Fake-Accounts machen und irgendein Scan-Video, wo ich mit den Fäusten einfach einen normalen Schlag mache und das dann noch mit zehn Punkten bewerte oder sowas. Das jetzt nur als Beispiel, dass solche Sachen nicht passieren können, können wir dann sagen, okay, nee, Scan-Schwierigkeit ist nicht da. Generell das Monster vorzubereiten für den Kill ist nicht da und so weiter und so fort. Also das werden wir auch so ein bisschen mit einbeziehen. Okay, wie schwierig ist es denn überhaupt, das Monster so vorzubereiten, um so einen Endkill zu machen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel mit den Sprungschancen dann einen Axtwurf zu machen oder bei der Landung einen Schlag zu machen und kann ich das Monster dann gut darauf vorbereiten und so weiter und so fort. Ich denke, es ist relativ klar geworden, wie das ablaufen soll. Es soll einfach ein schwieriger, cool aussehender, vielleicht mit einem Emote versehender Abschlusskill sein oder irgend sowas. Ihr habt bestimmt Ideen, da wird euch schon was einfallen. Ich denke, ihr wisst schon, wie wir das meinen. Und alle Videos, wie gesagt, die mir zugeschickt werden, die Links dazu, werde ich alle abspeichern und werden in irgendwelchen Videos wieder genutzt oder dann halt in diesem Abstimmungsvideo. Und dann wird es nochmal eine Veröffentlichung geben. Ich weiß nicht, ob ich dann nochmal ein explizites Video mache, wo ich sage, das und das Video hat gewonnen oder ob ich es dann einfach nur bei Wettbewerbe dann halt poste, dass das und das Video hat. Das sind die drei Plätze, die wir halt belegt haben und die kriegen die Paysafe-Karten zugeschickt mit den Endpunktzahlen. Also ich denke, es ist so klar geworden, es wird sicherlich geil. Ein Video habe ich auch schon von einem Gildenleitungsmitglied zugeschickt bekommen und es ist direkt auch schon richtig cool. Und es ist halt mal jetzt das, dass er wirklich beenden will. Also er hat schon gesagt, dass er da noch mehr machen will. Also muss jetzt keiner geschockt sein. Oh, da ist schon ein riesengroßes Video, ist da schon drin. Nein, überhaupt nicht. Wer die Möglichkeiten nicht hat, wer das nicht so gut hinbekommt mit dem Videoschnitt oder mir ein zwei-, dreiminütiges Video zuschicken will, kann, muss, weil er es nicht anders geschnitten bekommt, kann er gerne machen. Ist kein Problem. Das kann ich ganz schnell rausschneiden. Das ist nicht das Problem. Problem wird vielleicht für den einen oder anderen sein, dass er überhaupt ein Video schneidet. Auch dort geht einfach auf Discord. Wir werden es dort diskutieren. Schreibt es gerne unter den Slot Wettbewerbe. Hey, wie kann ich von meiner Switch das auf dem PC bekommen und so weiter. Gibt es halt verschiedene Möglichkeiten oder von der PlayStation. Ihr könnt es auf einen eigenen YouTube-Kanal hochladen. Ich kann mir den Link holen, kann es dann verwenden. Ihr könnt es noch besser auf USB-Stick oder sowas ziehen. Dann an den PC gehen oder an den Laptop und dort über Dropbox dann versenden und so weiter und so fort. Vielleicht habt ihr andere Möglichkeiten noch. Mir wäre es am liebsten, wenn ihr mir bei Discord und über Instagram oder sowas dann halt einfach nur den Link schickt. Ihr könnt euch da gerne mal an Crave, an Bazzinator und so weiter wenden beim Wettbewerbsslot und die Leute anschreiben. Und wie gesagt, die werden das dann auch schreiben, wie das funktioniert. Einfach über Dropbox, wenn ihr euch da ein bisschen auskennt, mir das Video zuschicken. Vielleicht sich mal die Arbeit machen. Dann könnt ihr in zukünftigen Wettbewerben halt auch einfach teilnehmen, ohne dass wir den Riesenaufwand haben, immer mit euch mitlaufen müssen, dass wir uns zeitlich abstimmen müssen. Wäre halt einfach super geil, wenn ihr das selbst irgendwie auf die Kette bekommt. Wir werden sehen, wie die Resonanz ist. Wenn natürlich jeder schreibt, ich kriege das nicht hin, ich kriege das nicht hin, dann ist es halt schade. Dann müssen wir uns was anderes überlegen. Aber ich denke schon, dass das mehr als eine Handvoll Leute hinbekommen und so an dem Wettbewerb halt teilnehmen können. Wie gesagt, wichtig ist, es soll ein Abschlussfinisher sein. Der Schwierigkeitsgrad des BMOVs muss in dem Video erkennbar sein. Also dann, da es ein Abschlusskill ist, sieht man ja direkt, heroischer Scan wurde erlegt oder sowas. Dann die Preise habe ich ja genannt. Gilden extern 10 Euro für den Gewinner von mir. 20 Euro von Bazzinator für den Gilden internen Gewinner. 10 Euro von DNA-Glitch für den Gilden internen Zweiten. Die Stärke der BMOVs ab normalen BMOVs. Die Stärke-Liste der Punkte wird noch veröffentlicht. Das ist noch in Arbeit. Es soll nur Solo-Hunt sein. Und es wird dann eine Abschlussbewertung stattfinden durch die Community, durch die Schwierigkeit des Monsters. 10 Punkte jeweils. Und nochmal durch die Gilde. 10 Punkte. So könnt ihr insgesamt auf 30 Punkte kommen. Der ganze Wettbewerb soll laufen bis zum 10.9. Bis zum 10.9. müsst ihr mir die Videos zugeschickt haben. Dann werde ich mich schnellstmöglich darum kümmern, um das Ganze zum Abschluss zu bringen, sodass wir vor der Terra-Eskalation vielleicht oder mit der Terra-Eskalation dann den zweiten oder dritten Wettbewerb starten können. Da sind auch schon zwei, drei schöne Projekte drin. Und dann werden wir versuchen, das Ganze ein bisschen zu professionalisieren, sodass wir merken, okay, wie ist jetzt das Feedback? Wie funktioniert das mit dem Video rüberschicken und so weiter? Wie klappt das? Wie hat die Community das aufgefasst? Und werden, wie schon sagte, vielleicht an dem einen oder anderen Punkt dann auch wieder die Stellschrauben ein bisschen verändern, ein bisschen drehen, ein bisschen was verändern, um es euch leichter zu machen und um es uns leichter zu machen, dass es einfach funktioniert. Deswegen nimmt das Ganze hier jetzt nicht so krass ernst und seid beleidigt, wenn das nicht funktioniert oder sowas. Versucht ein bisschen mitzumachen. Mich würde es unheimlich freuen, umso mehr Videos ich bekomme. Und wenn es nur das ist, dass wir viele coole Videos zusammenbekommen, ich ein cooles Video draus schneiden kann und dass ich die Videos verwenden kann und ihr, sage ich mal, auf YouTube dann forever in meinem Kanal halt verewigt seid. Ihr habt die Chance, da mitzumachen. Ihr wisst dann, wie es funktioniert und könnt bei weiteren Wettbewerben, sollte es mal ein Fashion-Wettbewerb oder ein Speedrun-Wettbewerb oder ein Wettbewerb, wo ich mit Dauntless zusammenarbeite, dann könnt ihr da überall dran teilnehmen. Ich hoffe und denke, ich habe jetzt alles gesagt. Wie gesagt, der Wettbewerb geht bis zum 10.9. Über Discord könnt ihr dann gucken, okay, was muss ich genau machen. Dort mich einfach privat dann anschreiben, mir privat bitte den Link schicken, zu sagen, hier ist mein Video, guck es dir an oder lad es dir gerade runter. Bei YouTube ganz genauso. Und dann sollte das Ganze funktionieren. Und da arbeiten wir uns dann einfach mal vor. Und ich denke, es wird ganz geil. Also ich freue mich da drauf. Wie gesagt, das eine Video, das ich jetzt schon bekommen habe, ist eigentlich schon super geil. Wird kein Sieger-Video, ganz sicher nicht. Aber es ist ein cooles Video schon einfach. Freue ich mich drauf. Ich werde auf jeden Fall auch ein, zwei Videos zusammenstellen, wie ihr es von mir gewohnt seid. Also ich werde sicherlich auch nicht gewinnen. Und ich bin natürlich persönlich vom Gewinnen sowieso ausgeschlossen. Und ich denke, die anderen werden darauf auch verzichten. Also ihr habt schon eine große Chance. Ihr müsst nicht eingeschüchtert sein, dass jetzt ein Batzi oder sonst wer mitmacht. Ich denke, jeder hat eine faire Chance, da zu gewinnen. Und es geht ja mehr um den Style als um den Skill, um es mal so zu sagen. Viel Skill ist ja nicht dabei, ein bisschen durchs Monster. Aber ihr könnt auch ein mittelmäßiges Monster mit einem krassen Video, könnt ihr halt auch gewinnen mit 10 Punkten aus der Community. 10 Punkte von der Gilde. Und 5 durch die Schwierigkeit. Könnt ihr auch gewinnen mit 25 Punkten. Ist schon möglich. Ja, nur so als Hinweis. Ja, ich bin gespannt. Freue mich drauf. Bin echt mal gespannt, wie das Ganze ankommt, wie es weiterläuft. Werd' vielleicht eine extra Playlist auch für die Wettbewerbe machen, sodass das Ganze auch ein bisschen Schwung bekommt und auch ein bisschen dauerhaft, dass wir immer da was machen. Würde mich einfach freuen, wenn das von der Community gut angenommen wird und wenn wir da zusammenarbeiten können. Ich freue mich auf eure Einsendungen, auf die Videos und sage bis dann. Habt einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.